Sonntag, 7. August 2022 Die Mutter Gottes sagte, meine lieben Kinder, ich danke euch allen, die ihr zu meinem Heiligtum der Mutter Gottes von Gutalupe gepilgert seid. Einige von euch hatten das Glück, mein wahres Abbild der Tilma von Juan Diego in Mexiko-Stadt, Mexiko, zu besuchen. Nachdem der oberste Gerichtshof die Entscheidung nur von Wade zur Abtreibung aufgehoben hat, können die Menschen in den Bundesstaaten nun darüber abstimmen, ob sie die Abtreibung in ihrem Staat verbieten wollen. Betet, dass eure Staaten zum Schutz meiner ungeborenen Kinder gegen die Abtreibung stimmen. Dieses Wunder eines erleuchteten Fötus meines Sohnes Jesus auf der Tilma geschah zur gleichen Zeit, als die Entscheidung über die Abtreibung vom obersten Gerichtshof aufgehoben wurde. Ich möchte, dass meine Kinder das Leben als ein Geschenk Gottes schätzen, und er möchte nicht, dass die Menschen ihre kleinen Kinder töten. Ich habe ein Wunder vollbracht, in dem ich mein Bild auf Ruandigos Tilma platziert habe, als Geschenk für ganz Amerika. Ich liebe alle meine Kinder, und dieses Bild bekehrte viele arztekische Indianer davon, ihre Babys zu töten. Jetzt rufe ich alle meine Kinder in Amerika auf, damit sie aufhören, ihre Babys zu töten, und allem Leben im Mutterleib und sogar am Ende ihres Lebens, kurz vor dem Tod, Respekt entgegenbringen. Ich danke Ihnen nochmals, dass Sie zu meinem Heiligtum gekommen sind.